Die nächste Übung ist eine Variante der Hyper-Extensions. Sucht euch zu Hause eine sichere Möglichkeit, eure Füße einzuklemmen. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Hände sind an den Schläfen und der Ball ist unterhalb des Bettens bzw. des Oberschenkels. Anschließend richtet ihr den Oberkörper auf und senkt ihn. Beim Aufrichten des Oberkörpers atmet ihr aus und beim Ablasten des Oberkörpers atmet ihr ein. Als Variante könnt ihr den Schwerpunkt verändern und die Arme ausstreiten. Oder ihr dreht links und rechts abwechselnd ein.